Richtig schön, Herr Mann. Mann, Mann, Mann. Einen Arsch, einen Mund, dann geht's rund. Mr. Escalation. Die haben zwar kein Interview mit mir gemacht, aber... Achtung! Das ist einfach nur Neid. Nee. Egal. Eslar und Trümmer. So was will ich auch haben. Ist nichts für dich. Wer ist dieses miese Kommischwein? Dieser Hobby-Ach-Spicker, der gerade sein Todesworteil unterschrieben hat? Boah, hör mal, ihr sind das alles Dreckssäcke und Wichser. Ja, ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Also, bitte, wünschen, Mann, Puppu dance. Sag mal, ja, und dieser ist wieder der Fall von Golde. Richtig schön, Herr Mann. Mann, Mann, Mann. Einen Arsch, einen Mund, dann geht's rund. Entschuldigung, ähm Boah, hör mal, ihr sind das alles Drecksäcke und Wichser Boah Es gab bei ein paar Internetradiorönern, da dachte man, die schafften den Sprung ganz weit an die Front, aber keiner von denen hat es irgendwie auch nur ansatzweise geschafft. Im Gegenteil, die hatten alle unterrediert, das ist das Beispiel ist Germany's Dream. Ähm, nee, also wenn man da irgendwie...